Bodenständig, witzig und einfach sympathisch, so erleben die Voice of Germany Zuschauer Stephanie Kloß. Doch die 35-Jährige ist nicht nur Juroren der bekannten Musiksendung, sondern selbst auch Musikerin und Frontsängerin der Kultband Silbermond. Nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es für die gebürtige Bautzenerin rund. Denn bereits in ihrer Jugend lernt sie ihren heutigen Lebenspartner kennen. Gemeinsam mit ihm gründet sie eine Band, die Jahre später unter dem Namen Silbermond laufen wird. Thomas Stolle ist Gitarrist dieser Band und seit 2010 der offizielle Partner an Stephanies Seite. Fun Fact, Thomas Stolle ist nicht nur an der Gitarre zugange, sondern auch der Bruder des Bassisten Johannes Stolle. Mit Andreas Nowak ist die Band Silbermond dann komplett. Das Netz durchforstet man aussichtslos nach niedlichen Pärchenbildern von Stephanie und Thomas, denn ihr Privatleben halten sie strikt unter Verschluss. Nur im Jahr 2018 lassen sie einen kleinen Einblick in ihren Alltag zu, denn der besteht fortan nicht mehr nur noch als Duo, sondern als Trio. Ihr Sohn kommt auf die Welt und gründet seitdem ihr Liebesglück. Dass aus Freundschaft nur allzu oft Liebe werden kann, beweisen Stephanie und Thomas allemal.